Rallof von Flusswald Lothier von Rorikstad Nein, ich bin kein Rippel. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Wir werden mich nicht vorgeschöpfen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, hallo. Ich bin Spieger und willkommen bei Folge 2 von Let's Play Sky World. Ja. Und mich haben geschrieben, dass ich ein Magier sein soll. Ja, ein Zauberer. Ein Hochfels. Und dann machen wir mal Design ein Mann sein. Und dann machen wir mal dicker. So ungefähr. Jetzt mal können wir irgendwie die vor. Oder wir mal. Äh, mal nachsehen. Was ist noch so? Der geht auf. Oh, Kopf. Körper. Ja, Hotel. Geh. Ähm, Schmutz. Ich bin nicht. Schmutz. Na, aber so. Kriegsbemalung. Kann aussehen. Ähm, jetzt mal was hinten an. Was könnten wir nehmen? Oh naja, voller nicht. Lassen wir mal. Okay, nehmen wir rein. Was nahe geht. Aum. D. Sehen wir mal. Gelbe Augen. Ja. Oh, ich glaube die weiße Augenart eben genommen. Ach so, so war es besser. Augenart geht. Grundform. H. 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 Tor... Tor Super Tor Superman Aus Daggerfall, Bretone? Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Freitasten. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfeld zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Na gut. Ja, und ihr habt gesagt, dass es hier mit den Kaiserlisten zusammenarbeiten soll. Ulrich Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Helden setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen körtlich zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Das ist also voll. Hey, das ist nicht unterbreitet. Das ist unterbreitet. Wenn die Kamera einschalten muss, wir kontrollieren müssen, aber auch mal einschalten. Wenn es nicht unterbreitet. Das ist nicht unterbreitet. Ähm, was war das? Es ist nicht. Weiter machen. Ja, genau. Man guckt zu mir so an. Der guckt mich an, Leute. Er guckt mich an. Ich habe auch Blut angemacht, also dann sieht man auch viel Blut. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Wie kann sie das, ohne zu laufen? Wie geht das? Okay, hier haben wir eine gesehen. Ich bin auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Okay, dann schreibe ich es auf. Seht ihr das Blut? Das können wir sogar später auch machen. Die Köpfe vom Gegner abmachen. Also, ich will es auch noch machen. Ja, ich wollte sagen, dass ich dann auch die Hochhelfen hasse, auch wenn die unsere... Ja, das muss man sagen, dass wir auch die weiter hassen und bekämpfen werden. Ja, das ist nicht das. Hallo, du siehst ja wunderschön aus. Was ist das? Oh oh. Es ist Petri. Ein Kracher. Hoch mit euch! Kommt schon! Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Hier, oder? Ist das denn? Geh, geh rein! Geh rein! Was wartest du denn? Ja, und rückwirkend. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nie. Wir müssen los! Jetzt! Hallo, rückwirk! Geh, hoch, los! Geh, 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 geh! What is he shot? Oh, alter! Oh. Okay Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und läuft immer weiter! Los, wir folgen euch sobald wir können! Okay Aua Ah ja, ich habe auch eine Institution, also da können wir Kinder bekommen, also Kinder haben, ja, mit denen gehen wir gleich mit, das habt ihr nicht schon. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt vielleicht weg sind, wenn wir zu langsam sind. Ah, jetzt kommt es raus. Das ist einmal. Ja, das heißt, können wir ja mit der Stormante oder mit der Kaiserlisten. Und die soll mit der Kaiserlisten gehen. Ich hoffe, der Grafe bringt euch alle nach Altengabe. Äh, hab das gesehen. Ja, und ich soll hier hin. Äh, ja Leute, das war dann erstmal die erste, jetzt die zweite Folge. Äh, dann fangen wir, ja, dann ist morgen weiter dran. Äh, oder wir reden noch kurz. Ja, dann auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.